Hallo Leute, willkommen bei TeeZi hier. Tschuuu. Wir kommen heute zu einem Klowasser Blindschaft, ihr habt es euch mal wieder gewünscht. Ich sage euch ehrlich, Klowasser Blindschaft, wir haben uns lange davor gedrückt, weil das ist einfach so ekelhaft. Man geht hier morgens hin, geht auf die Toilette, also jeder von uns war heute Morgen schon. Das muss wirklich nicht sein, das ist wirklich. Und da draus zu trinken, klar, es ist normales Wasser, aber es ist eklig und danach hat man immer Bauchschmerzen. Ich würde sagen, Freunde, lasst ein Däumchen nach oben der Lasten, ein Abo da, schreibt gerne mal drunter, wie ihr es Messi gestern gegönnt habt oder es ihm nicht gegönnt habt. Generell, was ihr zu dem Finale vielleicht einfach sagt, das war ja geisteskrank. Und ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck und wir gehen rein, schnick, schnack, schnuck. Fang an, komm. Ich fang an. Wir gehen mit Münzen rein, ne? Ja. Man muss dazu sagen, wir hatten gerade schon eine Runde halber aufgenommen. Dank Windows Update war aber das Mikrofon nicht da. Mein Traum war scheiße. Okay. Aber ich bin zu fair und fang auch jetzt wieder an, der Tradition halber. Nenn, dass es später heißt, ah ja. Ja, du bist. Okay, ist die Aufstellung da? Ja. Ich nehme die drei. Ach, du scheiße. Alter, das ist ja bodenlos, was ist denn das? Und es ist passiert. Hä? Es passt nix. Ach, Quatsch. Es passt nix. Ja, ich würde wollen. Ach, du scheiße. Es passt kein einziger hier rein. Jungs, ich habe keinen Fehler gemacht. Es passt kein einziger. Ach, Dinger, was ist denn das? Dann nimm halt die Eins, ne? Die Eins? Ja, die Eins. Ist doch egal. Ja, ich schluck dir die Eins ein, ne? Ja. Und die Setz... Also, dass du jetzt noch die Eins nimmst, ist halt auch noch gottlos, weil sie sich auf deine beste Position sitzt, wo irgendwas kommen kann, wo nix passt. Ich schluck's aber ein, ne? Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin ehrlich zu dir. Zwei. Ja, dann ist es eh schon gelaufen. Mein Manager, dann... Ja, nichts Besonderes, eine Informkarte dabei. Vier. Okay, sehr schön. Du hast aber auch eine Position gewählt, die ist ja gottlos. Ja, ich sehe halt nix. Drei. Jawoll. Das ist schon der deutsche Nationalspieler, fühle ich. Guter Mann auf jeden Fall. Ja. Zwei Inform, es ist ein Zeckbar, es ist ein Kobel, das sind deine zwei Informs. Boah, du Scheiße. Ich möchte dazu noch sagen, ich habe letztes Mal nicht gespickt, weil die haben es nicht gesagt, ich habe ja eh verloren, aber ich habe einfach nur meinen Kopf so rüber getreten, aber ich habe die Augen ja noch zu. Ja, weiter. Nichts Besonderes auch übrigens. Eins. Boah, ich gehe mal davor. Also es ist doch nichts, was ich jetzt irgendwie groß ansagen könnte, ne? Wir müssen ja nur Icons ansagen, ne? Komm, keine. Ja. Vier. Ich kann's ja nicht mehr rüber, wie kann man da hinklicken? Was ist das für eine Formation? Okay. Zwei. Ich sag's euch ehrlich, ich will echt nicht verlieren bei Clothraft. Ich will's nicht, ne? Ich will's wirklich nicht, ja? Also es sind keine, keine seltene. Drei. Ach, Diane! Ja, was ist denn das für ein Drive? Ach, Diane! Ich bin doch noch so gut, dann würde ich ein Beginn. Ja, seid ruhig, weil ich nämlich gehofft, weil dein erster Scheiße warst du gehofft, dass jetzt meiner besser wurde und dann hast du gedacht... Ja, der wäre ja jetzt gut geworden und jetzt ist der Scheiße. Nächste machen wir so. Ja? Zwei. Also nicht, sondern alles, keine, keine seltene, ne? Zwei. Du hast ein Rimm, ein Gimines. Zwei. Du meine Güte, also wenn die auf der Bank nichts gönnen, sag ich, das ist die Bergische Hild, Digger. Ja. Wer? Ja. Digger, an den Cutter, bitte blende das ein. Das ist neuer, absolut neuer Negativrekord. Das ist, das ist der größte Bruch, den es bis jetzt in den Blindshaft gab. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist überhaupt möglich, das wusste ich gar nicht. Naja, ich fülle automatisch aus, ne? Bitte, 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 bitte. Und es ist der Sieg. Scheiße, ich kriege so einen Karma-Set. Drei, zwei, eins, let's go. La Pulga. Ach du Scheiße, was ein Wigster. La Pulga. Ach du Scheiße. Bullshit, du, 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 du. Das kann ich ja vergessen. La Pulga. Shit. Ich komme hier nicht mal hin. Ja, das ist so schwer da rumzuklicken, oder? Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Fuck, ich komme da nicht hin. Hallo. Das Problem war nicht auch. Du hast doch 15 Sekunden, ne? Fuck. Scheiße, La Pulga, La Pulga. Ich verstehe einfach, warum du einfach nicht auf die Premier League gehst, Digga. Du hast alles voll mit Premier League. Ja, ja, total. Obja, natürlich. Ja, ja. Hä? Henderson, Mina, du hast noch drei, zwei, eins. La Pulga. Wie mach ich die Argentina? Kann ich nix machen, Alter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Den, 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 den. Ach, die Scheiße. Kann nichts ändern. Alter, also, komm her. Was ist denn das? Und vor allen Dingen der Kreuf, wie belastend ist denn das? Ja, du hattest geist keine Auswahl, ne? Aber ich hab's ja nicht sagen müssen, war ja egal. Die Aufstellung ist halt bodenlos. Ja. Nimm die Eins. Ja, perfekt. Schade, ne? Wer ist auf die Premier League gegangen? Der hätt noch einen Punkt geholt. War ja nix. Der hätt einen Punkt geholt. Was kann ich denn aus der Pläne? Der hätte zwei Punkte geholt. Der hätt keinen Punkt geholt. Das ist viel zu scheiße, Alter. Das ist richtig schlecht. Die Aufstellung hat mich gebrochen. Ja, dass halt auch wirklich gar nix gepasst hat, ne? Dass gar nix gepasst hat, ist halt einfach Gottlob. Okay, dann kriegst du so Karma. Boah. Kannst du kurz Pause machen? Ich muss wirklich grad scheißen. Kannst du kurz Pause machen? Ich muss scheißen. Ich kenne dich halt, okay? Wir werden mal kurz ein Bank. Wir werden mal kurz ein Bank machen. Wir werden mal kurz ein Bank machen. Ist es okay, wenn ich mal kurz ein Bank machen? Wo kam die Karma-Schelle her? Ich finde, die Aufstellung muss jetzt so regeln. Die Aufstellung muss jetzt so regeln, ne? 98. Ich werd so safe Karma kriegen, ne? Ähm, ist was Gutes oder weiß man nicht? Oder so was wichtig ist wie bei dir? So gemischt. Also so eine schlechte wie bei mir ist nicht dabei. Ich nehme die zwei, komm. Naja, perfekt. Das war's. Dat war's doch. So, weißt du, das ist jetzt das Dreckige hier. Passt hier sogar eine Icon dabei, aber es passt nix. Aber es passt nur eine Position, die musst du nehmen, das ist die 5. Oh, das ist die Icon? Ne, das sind die Icon. Ah, schade. Okay, dann nehm ich die 5. Die musst du nehmen. So, dann geht's weiter hier. So, das ist jetzt so die Maulak. Ja. Auswahl, das sind drei Icons dabei. Ja, natürlich, Digga. Jetzt versucht er mich menschal... Nein, darf man nicht lügen, es sind drei Icons dabei. Okay, dann die 2. Perfekt. Spieler mit 3 Chemie hätte ich auch gern gehabt. Jawohl, wir sind auf der Position nix besonderes dabei. 4. Das Problem ist schon, weil jetzt wird alles passen und allein deswegen hat er schon gewonnen. Ja, nächste Position. 5. Das ist ja die Scheiße an der Sache. Ne, aber nächste Position ist aber auch nix besonderes dabei. Roque Massa. 3. Ich nehm'n Roque Massa. Ne, Roque Massa ist es nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, nächste Position sind da. Schöne Auswahl. Simon ist auch im Start. 3. Perfektor, dann gehen wir da rein. Ich denke aber, so gut können die auch nicht. Andersen ist da dabei. Ne, die ist dabei. Nimm' nur die 4. La Pulga. So, gehen wir mal hier hin. Ähm, ja, schöne WM Karten. OTW sind dabei. Inform ist dabei. 2. Perfekt. Perfektor. 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 Ne. 3. Allein das ist schon das Problem, Chat. Wenn wenigstens der eine bei mir gepasst hat oder bei dir auch nicht. Weiter geht's. Nix besonderes. 5. 5. Und das war's. Team vervollständigen. Schon? Das war's. Ja. Das war's. Bitteschön, ich geb dir den Controller in die Hand. Und 3, 2, 1, let's go. Sollen wir direkt eigentlich zum Klowasser gehen oder? Hab ich ja vorne direkt ein deutlich getroffen? Ja, das ist zu krass, wirklich. Wenn das andere nicht gepasst hätte, das ist zu krass, wirklich. Das ist zu krass. Da hab ich ja noch einen Bäller. Ja, das war's. Was soll man ändern? Was soll man ändern, Freunde, ne? Was sollen wir ändern, das war's? Hätte wenigstens bei ihm Knabry nicht gepasst, dann hätte ich das Ding gewonnen. So kann ich dahinter gehen und kann einfach Klowasser saufen. Das ist das Beschissene. Digga, ich frag dir, ich kann aber nix ändern, ne? Ja, aber du bist doch schon durch. Warum, wie viel hattest denn du? Du bist doch schon durch. Hat er ja nur ne 14 oben gehabt. Du hast ne 16, du bist durch. Wenn du rechnen kannst. Ich weiß nicht, ob du mich grad ne... Rechne doch einfach nach. Aber ich kann halt auch wirklich gar nix ändern, ne? Ja, aber du bist durch. Dein Scheiß-Dalklicht da vorne hat's geregelt. Ja, aber echt? War das der Kapitän am Anfang? Nee. Dein Knabry war dein Kapitän. Guck mal, ich hab gar keinen ZM, Digga. Ja, f***. Ich hab gar keinen ZM. Aber hätt ich den Knabry nicht gekriegt, dann hätt... Dann wärst du rutschen gegangen. Dann wär ich runter. Und das war der Einzige, der bei dir gepasst hat. Und das ist diese Drecksacker, Alter. Ich wär echt rutschen gegangen, ne? Ja, aber ich kann halt wirklich... So, die Deutsche kann ich jetzt rausmachen. Ja, fertig. Schluss. Sag deinen Manager an. Das ist ein ganz knappes Ding. Sag deinen Manager. Drei. Ich mein, Manager gekriegt, hätte ich dich abgezogen, Alter. Das ist ne ganz, ganz knappe Hausnummer, ne? Ein Punkt wird uns unterscheiden. Ein Punkt wird uns unterscheiden. Jaaaa! Ja, ich war echt verwirrt, Digga! Jaaaa! Jaaaa! Ich muss wirklich immer was hinbauern! Das ist zu kotzen, wirklich. Mein Trach war ja so schlecht. Das war ja das schlechteste Draft ever. Jaaaa! 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 Oh mein Herr, La Pulga. Ganz professionell. Sehr ein Glück. Aktuell hab ich nen Lauf! Ist das wichtig! Bin ich nicht zum Ausleuchten. Da, La Pulga. Hier. Jungs, wartet. Kurz nen schönen Übergang. Wir switchen zur Toilette. La, 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 la la, la la, 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 la. Ooh, whoa, 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 whoa. Guckt euch mal an, da, buntere. Ich hab immer rum Ja, und das ist immer so gelb-siffig schon. Ich weiß ja was mit unserem Ding stimmt. Ich hab drei mal oder so zu sagen. Drei mal war ich glaube ich alles. Boah, komm, das war ein langer, ich würde sagen, das ist das langste aber auch, ne? So vor allen Dingen, guck mal, ich habe gestern, ne, was ich erzählt habe, wo ich diese Sprühkacke hatte, ne? Diesen, diesen Krankenhaus-Virus oder was das da immer war, was da immer drin war. Der schwimmt ja bestimmt noch in der Schüssel da oben, ne? Ich würde mal ein bisschen... Oh ja. Boah, das ist ein bisschen zu viel, wenn ich ehrlich bin. Hast du halt so viel getrunken? Ja, selbst. Ne, selbst. Ganz ehrlich, Kloser habe ich Lampenbein getrunken. Scheiße, ne? Vor allen Dingen, ich hatte so Sprühkacke. Das ist ja wirklich abartig, ne? Weißt du ja noch, ne, wie ich das Ding weggedonnert habe, da drin? Ja, das ist wieder weg. Bisschen, als wäre es ja auch immer gestinkt, ne? Das ist ja wirklich... Ah! Ist weg! Boah! Ich habe nichts hier reinlaufen. Nein! Nein! Jungs, ist alles regelkonform. Boah! Allein bei den Gedanken, klar, ne, es ist normales Spülwasser, aber allein bei den Gedanken, es kommt aus der Schüssel. Alter, es wurde einfach schon da reingekackt. Es steckt ja immer auf der Toilette, halt komm, du hast die letzte Horte, wirklich, das ist echt nicht so nah mit deinem Mund, denn es ist wirklich was Geistesgabe. Mit der Bauchschmerzen, Mann, Alter. Soll ich sagen, ich habe einen Pechschmerz. Tschüss. Geistesgabe.